Das folgende Video wird dir präsentiert von gts2mp.de Deinem offiziellen deutschen Forum vom Euro Truck Simulator 2 Multiplayer Was macht ihr denn da? Den würde ich am liebsten überholen, aber ich habe Angst Ey, das wird so ein Desaster Also von mir aus fahre ich hinten, mir ist das egal Ja ok, Tom, lass erstmal den Österreicher an dir vorbei Weil irgendwie, der macht glaube ich sonst noch Probleme Ey, fahrt davon auch wie ihr wollt, ne? Ja dann soll er jetzt aber zusehen, dass er da dran vorbeikommt Komm, 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 komm Mike, was ist los? Ich dachte, ich wollte hinten fahren Ich fahr hier 40, ich glaub der will uns nah fahren Ey, nein, Mike Wer ist denn der vorletzte gewesen, du? Harley, ne? Weiß nicht, ich habe jetzt gerade jemanden überholt Ich bin das allerletzte heute Kuh, du Fahr! Alter, da ist irgendeiner, der fährt die ganze Zeit gegen die Leitplanke. Kann es einstellen, wenn du willst, danke, Fahr. Ach du Scheiße, die ist hier los, ey. So, ich muss hier rauf auf der Autobahn, ne? Ja, rechts rauf. Und jetzt stellt dir mal vor, wie das früher mit Frenkel war. Boah, ich muss immer mit dem... Was wäre der Unfallgebot? Das sind andere Maßstäbe. Machstäbe, die der selber nicht verkraftet. Komm, der Tom. Wollte noch in den Anfängen, wo das mal alles viel viel besser funktioniert hat. Besser? Das für ein Idiot ist ein Benjamin. Alter, jetzt war's, bin ich am draufgefahren. Ja, dann steht da. Vielleicht sollten wir sehr schnell noch mal darauf hinweisen, dass es durchaus dazu kommen kann, dass eure Trucks beschädigt werden. Und bitte nicht mich dafür ankreiden, wenn das wieder so im Chaos wird. Ich schicke die Rechnung, ich schicke die Rechnung. Ach nee, aber so viele Leute sind jetzt auch wieder nett, dass das irgendwie... Müsste eigentlich schon klappen. Du, also, also, das ist, das interessiert mich überhaupt nicht, wenn ihr mir meinen LKW kaputt fährt, ne? Das muss René zahlen. Nee, das ist ein Pädobär. Danke, ne virtuelle Versicherung, was wär's noch? So, kann ich jetzt hier Gas geben, oder was? Ja, gönnt ihr. Jetzt ist die Frage, sind denn alle da? Ist der Schlüssellicht da? Ja. Ja, ich bin da. Wer ist denn da Schlüssellicht noch? Alter, der ist verrückter. Ja, dann, jalla, jalla. Was macht man, für ne Geschwindigkeit? 80. 80, oder? Also, fangstgemäß funktioniert das immer gut, denke ich. Und da kann der Schlüssellicht nämlich mit 19 Uhr aufholen. Richtig. Wieso? Ich halt doch ganz gut mit, mit 80. Wow, 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 Mike, du hast ganz schön hart geleckt gerade. Oh, ist das für uns? Das steht nicht, das steht nicht in meiner Macht, ja. Bei dir ist ein Abstand auseinander, dann geht es. Warte mal kurz vorbei. 1, 2, 2. Wer sind 2? Kann sein, dass ihr gerade immer langsamer werdet, eh. 2, 2, 5, kaputt. Wer ist denn 2, 2, 5? Oh, das bin nicht ich. Das ist einer vor mir und der tut ganz halt so links, rechts. Und wenn ich rechts vor, also er fährt dann ganz links, dann fahre ich rechts vorbei. Dann zieht die ja nach rechts rüber. Ganz ein lustiger Mensch hier. So, jetzt werde ich noch in Facebook angeschrieben, jetzt ist aber glaube ich soweit, eh. Reizüberflutung Deluxe. Fahrt hier über Köln. Also bei Köln da vorbei, auf der A4. So auch schon. Gut um die Uhr. Das ist die A45, der momentan gefolgt wird. Kannst du mal kurz gucken, ob das bei dir langläuft? Also Köln ist auf jeden Fall ausgeschildert. Und plötzlich dann auf die A4 runter, dass wir unter Köln dann vorbei und dann überliege. Nach Brüssel dann, genau. Ja gut, dann komm. Wer überholt denn da? Wenn ich denn bis dahin auf dem Server raufkomme. Geht ja wirklich ab, ey. Der fährt in Iveco und fährt in die Kurve und der kippt halbaut um. Der ist echt gekippt? Ne, aber fast. Der ist gerade auf ganz rechts rüber geneigt. Jaja, okay. Okay. Wie muss ich jetzt anhalten, oder was? Nein, nein, nein. Wenn wir... Haben wir da irgendwie einen Fremden, der Probleme macht unter uns, oder wie? Ach, der grüne Iveco? Ja, der links jetzt hin. Also ich bin der vor dir an. Ja, der ist wie der Färb, ey. Du weißt ja, dann hätte er mir abzuhalten. Fahren wir jetzt eigentlich 90, oder? Ich fahr 80. Ich fahr 90 gerade im Moment. Ich fahr ganz genau 80. Ich fahr 80. Wir machen 80 vorne und zum Aufholen könnt ihr 90 fahren. So kein Problem. Vielleicht mal wieder da. Wer ist denn Patt? Der Patt, der ist mit uns schon mitgefahren hier. Mh. Ist der MTS oder das ein Blinder? Oh. Oh. Patt. Ich fahr mal ein Savegame. Schnell. Jawoll. Danke, Master. Mit welcher Taste geht das, Savegame? Äh, das kannst du in den Einstellungen festlegen. Master. Ich geh in die Konsole extra und schreib save. Das ist noch umständlich ein bisschen, glaub ich. Sieht es? Kannst auch die Schnellspeichertaste programmieren. Genau. Ne, das geht ab. Wenn du in die Optionen oder Tastenbelegung kannst du dir eine Taste festsetzen. Ja. Musst du ganz unten schauen. Ja, guck ich mal. Boah. Musst du aber bedenken, hinter dir, der wird dann einen kurzen Rückler bei dir erleben. Ja. Ich mach es immer über die Konsole. Also. Nur mit aufs. Auf ner geraden Strecke. Konsole und dann Save. Echt? Okay. Ja, das heißt, es geht auch. Ich mach das immer so, dass ich über Tankstellen fahr und dann wenn ich genau neben der Tankstelle bin, hau ich einmal auf Enter rauf und dann boah ich auf der Tankstelle. Kannst ja sowieso vergessen im Prinzip, weil meistens dann was passiert, wenn du nicht dran gedacht hast. Geht sowieso. Ja, wenn ich, ich mach es halt so, ich habe es auf meinen Lenkrad gelegt, wenn ich irgendwie jemanden in meiner Umgebung habe, wo ich Angst bekomme oder so. Ja, ja. Allein vom Namen schon alleine, ne. Ja. Der liest sich komisch, der liest sich problematisch, ja. Ich kann ja nicht sagen, aber wenn TR am Namen irgendwo steht, dann hab ich echt Angst und drück drauf. Und 10 Fragezeichen als Nickname oder so, ja, dann passt die mal auf. Also der Save funktioniert nicht wirklich. Äh, bei mir schon. Also, du willst doch über die Konsole schreiben und nicht in den Chat, du Schwager. Ja, ja, natürlich nicht in den Chat, du über die Konsole. Und da muss ja auch echt vorsichtig sein, weil du kannst nicht lenken dann. Nein. Ganz lenken, klar. Nein, nicht in der Konsole. Wenn die Konsole offen ist, kannst du nicht lenken. Hast du keine Handlungsfähigkeit? Bei mir funktioniert das auch nicht, nein. Hey, musst du mir alles nachmachen? Ist dir kalt oder so? Thomas, es lacht keiner. Ja. Ich merk schon. Kennst du schon. Kennst du Polen Triathlon? Zum Fuß zum Schwimmbad, zum Fuß zum Schwimmbad mit dem Fahrrad zurück. Oh mein Gott. Die Witze an die schlechten Witze. Master, wo war der bitte? Sind wir auf der anderen Seite. So, dann erzähl ich jetzt auch mal ein Witz. So, ne? Wasse, dann kann die Bale in der Dusche stehen. Ja. Head and Shoulders. Oh, Gott. Danke, Faust. Wo los? Vor mir leckt es auch ein bisschen, ne? Oh, Scheiße. Wo ist der denn jetzt her, hier? Ach du Scheiße. Da steht einer, Leute. Ach du Scheiße. Wie schnell machst du das? Es gibt schon Makros dafür, sagen wir so. Also ich hätte 18 G-Tasten auf meiner Tastatur. Guckt der mir hier zu, oder was der Master? Der soll mitfahren. Du sollst mitfahren. Ich bin ein bisschen zu weit hinten und mein ETS2 MP crasht mir so ein bisschen zu hart gerade. Ah, okay. Deswegen guck ich einfach dazu. Aber das ist das Wir-Machen-D-Weg-Frei-Prinzip von der Erfolgsbank, ja? Master, hast du so eine Grafenfehler und dann crasht du immer raus? Master mich, mich überholt da einer, der macht mir ein bisschen Angst. Ich kann seinen Namen leider nicht zu den Operations gehört. Lorenz heißt der Kerl. Der ist nett, der überholt sich die ganze Zeit hier. Aber der, der fährt auch so aus, als könnte er fahren. Na, du fährst mit dir los. Sieht mir leid aus, wenn man fahren kann, ne? Was soll los sein? Naja, wie man schön die Spur hält. Du fährst halb Spur, halb Stand Spur. Wer? Ich hab Winter-Mod drinne, ne? Also ich bin orientierungslos teilweise, wenn ich keine Spuren hab. Achso. Gut. Aus dem Grund hab ich den nie genommen. Ne, ich hab jetzt rausgemacht, weil Winter ist man eigentlich so einmählich vorbei. Ja. Komm, wärst du irgendwie langsamer? Ich? Ja. Ich fahr jetzt gerade 78, weil es geht ja bergauf, ne? Ich fahr 74, damit ich Abstand halte. Echt? Hast du so einen schwachen Alkabä? Ne? Ich hab eigentlich noch Mussel in der Wehe. Bei mir ganz schön, ne? Bei mir ganz schön, ne? Ich hab einfach keinen Bock zu schalten. Ach du Schande. Habt ihr alle Schaltungen, echt? Ja. Ich hab alle Schaltungen. Ja, stimmt. Ja, ich muss mich gerade hart abbremsen. Fucking, fucking! Du Drecksack. Das war knapp, ey. Was macht ihr denn da? Meine Kasse. Lass jetzt einfach mal den Tempomar drinnen, ne? Ich hab den Tempomar da auch drin. Wer will denn da überholen? Nagelfahr. Ne, ich hab den Tempomar drinnen gelassen. Ja, ich musste abbremsen mit Marcel, der leckt viel Scheiße. Du kannst gerne hinter dem fahren, hab ich kein Problem mit. Wünsche viel Spaß. Master. Ja? Ich seh hier gar keinen mehr. Ich hab so ne Frage, weil... Weil wenn ich schonmal mit nem Admin rede, dann mach ich die Frage... Darf ich auch Fragen nutzen? Bin ich der Letzte jetzt? Natürlich darfst du das auch für Fragen nutzen. Das ist auch Sinn der ganzen Sachen. Der vorne fährt ein Trailer. Ja, ähm... Schule LKW, oder? Mir ist auch aufgefallen, dass alle Admins eigentlich nur am Europort sind. Müssten sie dort sein oder dürfen sie auch irgendwo herumfahren. Gibt da keine feste Regel zu, aber wenn mehrere Administratoren sind, dann spricht man sich natürlich ab. Und im Regel ist dann eine Person, die sich auch fast permanent um Europort kümmert. Wenn die dort anwesend sind, also mit ihren Trucks da rumstehen, heißt das aber gleichzeitig auch nicht, dass sie nur dort administrieren. Das muss man ja fairerweise auch noch zugestehen, ne? Mhm. Ich kenn sehr viele Administratoren, die parken dort, einfach weil das ne gute Gegebenheit ist für die Administration. Mhm. Aber das heißt nicht zwangsläufig. Ach du meinst, dass die woanders administrieren? Nagel, du darfst rüber, brauchst nicht die ganze Zeit blinken. Wie oft soll ich die Nocklichthupe geben? Ach, du bist mit dem, wenn du, wenn du, wenn du dich teleportierst, bist du mit dem LKW doch auch mit, der LKW ist auch mit, oder? Ähm, ne, der wird einfach nur für euch verschwinden, aber er ist nicht weg. Ach so, okay. Was ich fragen muss, wie ist das mit den Reports, ähm, wie bekommt ihr die? Du hast ja bestimmt irgendwo ein Fenster offen, oder? Wo die ganzen Reports reinkommen, oder wie teilt ihr euch das auf, oder werden die automatisch geteilt? Dann automatisch geteilt, also es gibt ne Zuteilungsfunktion. Nein, okay. Das ganze ist, äh, textbasiert einfach. Jaja, klar. Also bekommen nicht alle die gleichen Reports? Doch. Naja, eben. Doch. Aber die werden halt... Die werden halt... Und, äh, ach so, weißt du, was... Weil man kann sich zuteilen lassen. Ja. Die Faden rennen. Also kann es sein, dass, äh, Y-Admin sich ein Problem angucken. Äh, ja, aber auch nur, wenn sie es wollen. Na. Oder wenn sie in der gleichen Zeit den Report angehen. Okay. Was war rüber? Ja, hau die Kunst. Ja, danke. Cova, von wir, ey. Was doch noch, so eine Frage habe. Wo gibt er die Reports ein in den Chat, oder wie? Wo die eingehen? Ja. Ja, die kommen bei uns im Chat an. Ah, okay. Hast du vergessen, kannst du... Kannst ja nicht... Kannst ja nicht cracken. Hacken. Hast du da schon mal so ein schönes Video gezeigt, oder nicht? Hm. Warst du das? Ne, es gibt auch... Es gibt auch... Es gibt auch... Es gibt auch eine Video-Vorschrift, äh, eine Vorschrift, dass man die Reports nicht im Video zeigen darf. Das heißt, wenn ich irgendwie streamen würde, oder so, damit sie eben einen halben Bildschirm verdecken. Ja, ich verstehe. Ja, logisch. Andere Frage jetzt an die hier Anwesenden. Hat denn irgendeiner ein grundlegendes Problem damit, wenn dieser ganze Stream, oder diese Convoy-Fahrt, auf YouTube landet? Nope. Brady, was machst du da? Ja, Quatsch. Quatsch. Wenn ich jetzt in die Eisen gehe, dann krieg ich dann den Bock nie wieder zu laufen. Es ist ein Benz. Also ernsthaft. Es ist ein Benz, es leuchtet denn ein. Ja, aber... Ich hab kein Problem damit. Kannst du machen, wie du willst. Ich hab auch kein Problem. Marcel, kannst rüber. Ich bin ja nicht nackt. Ich seh sowieso keiner. Ja, eben. Ich bin immer hinten, ne? Ich will auch keiner sehen. Will auch keiner sehen, genau. Muss mal ein bisschen bremsen, weil sonst ist das hier gleich alles... Ihr seid alle so gemein. Noch nicht gemein, wir haben dich nur alle gern. Ja. Kann man das auch sagen, ne? Wir zeigen's nur auf der anderen Seite halt. Die gern wir dich haben. Ja. Habt ihr noch andere Fragen, was das ganze angeht? Dann können wir das ganze mal so ein bisschen überarbeiten. Ja, ich fahr bei der nächsten Tank heraus. Okay. Alles klar. Das war meine Frage, dankeschön. Schön, Master, dass ich auch mal mit dir reden kann. Oh, danke. Was mich nervt ist bei den Admins immer, du siehst die halt nicht in den Tab-Menü, ne? Bei der Absicht so. Ja, das ist aber, wenn ich nachts rumgurke und dann verlasse ich mich auf das Tab-Menü, weißt du? Ne, ist noch nicht passiert, aber ich hab mir das schon mal ausgemalt, ja? Ich weiß noch, früher war das lustig, wo die Admins noch beim Spectaten angezeigt wurden in der Tab-Liste mit 16.000 Kilometern Abstand oder so. War lustig. Da ist noch ein Mercedes, der ist recht langsam. Oder du guckst in den Rückspiegel, es dämmerlicht so ein bisschen, ne? Und dann denkst du, ist da einer oder ist der nicht? Hab ich irgendwas genommen? Oder was ist denn los? Ich hab mich zu Wort ab anscheinend. Haaaah! Ja, pam! Juni, das war ja klar, ey. War's da mal ne rhetorische Frage? Hm? Dann gibts mein Lohn. Wat? Jaaa? Dein, dein, dein Wodka? Hm? Oh, jetzt wird schon über Alkohol gesoffen. Gesoffen? 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 Ich hab auch schon gesoffen, ja. Ja genau, wie ist das eigentlich mit Drogen und beim Steuer? Ist das verboten? Ist das mal gekickt, oder? Auf jeden Fall. Ganz Eigenbedarf. Also sollte irgendwann mal so eine Slash-Me-Funktion oder eine Drogen-Funktion im Multiplayer hinzugefügt werden, dann nehm ich mal ganz stark an, dass das verboten wird. Da dachte ich nur lustig, und dann stehst du erst mal ne Weile. Wo seid ihr denn jetzt? Dann kommt der Polizeitruck und verhaftet dich. Ja, kommt dann der, und wie geht das mit dem Urin-Test? Pisse ich dann auf meine Grafikkarte, oder? Was geht das dazu? Würde ich gerne mal sehen. Ja, ja. Ja. Wo seid ihr da hinten jetzt alle eigentlich hin? Ach, jetzt seh ich wieder einen. Hadi, aber meine Frage, du musst schon wieder tanken. Willst du nach vorne, ja? Ja, muss Pipi. Äh, nein, wundere dich nicht, ich hab kaum noch am Tank, ich lass ihn einfach nur rollen. Ah! Ich geb ein bisschen Gas noch manchmal. Ich hab das mal getestet, das bringt aber nichts, oder? Ich hab das mal getestet, das bringt aber nichts, oder? Wenn der Moser läuft, der saugt und saugt einfach immer weiter. Ja. Oh, das wird knapp, das sag ich dir, ne? Also, der nächste... Rote Fehlfunktion, Junge. Kalt, Asch! Aber, wie viel hast du denn noch, wie viel Liter? Warte. 110. Ach! Da war ich noch mit nach England. Ich hab Hunger. Ähm, du war ich schon... Ich war ein Vent. Thomas, mach mal was zu essen. Äh, und? Äh, und? Läuft der Meer? Der frisst die Sau. Warum fährst du nach links? Du bremst ihn grad voll aus. Ja, das war voll Absicht. Absicht. Ich hab Motorfehlfunktionen... Ich bin ja gerade in die niedrige Drehzahl gegangen. Ey, wenn ich einen Blinker drin hab, hab ich einen Blinker drin. Da muss er drauf achten, da muss er halt auf Eisen gehen. Äh, doch. Ich hab auch einfach nur rollen gelassen, damit er mit der Motorkraft ausbremst. Ja, so mach man das, glaub ich, ne? Na ja, so machen wir's auch. Ja. Wird sparen, das Fahrrad. Genau wie die Motorbremse benutzen, ne? Aber ich befürchte fast, da kommt keine Tanke mehr. Doch, doch. Das befürchte ich auch, nämlich. Und dann kommt ne Tanke. Und kein Motor aus. Ihr müsst jetzt euch irgendwie die Ausfahrt teilen. Also die Abfahrt. Müsst ihr euch einlegen. Ey, Handy am Steuer ist nicht gut. Da kommt eine bald. Bist du kurz hinter der Frankreich. Ja, kurz vor Brüssel ist eine. Wir fahren in Bilesien. Wir fahren in Bilesien. Ich hab nach Paris. Ich fahr unter Brüssel lang und da ist dann eine. Ja. Ja, gut, das ist dann egal. Außer sieben. Paisel, jetzt ist ein Berg. Ey, jetzt ist ein Berg. Ich dachte, der Plan wäre, wir fahren alle nach Prüssel kurz rein. Oder wie hieß das? Das ist doch der Plan. Ja. Wo ist denn der Anfang eigentlich? Wo seid ihr denn? Anfang? Wer will denn da überholen? Ich bin jetzt an der Baustelle hier gerade. Ich lass einfach nur rollen. Wie kannst du nur rollen lassen und fast überholen? Das macht doch keine Logik. Ähm, wenn der vom Drehzahl geht. Also ich fahr in einer extrem niedrigen Drehzahl gerade. Wenn der vom Drehzahl geht. Also ich fahr hier dauerhaft mit 1000 umdrehöl in die Minute. Ich lass's rollen. Guck, ich mach gar nicht. Ich geb kein Gas. Gar nichts. Ich geb kein Gas. Hier, ich kann sogar dir am Motor außen. Hä? Hier, hier. Ja, wir müssen jetzt aber, wir müssen jetzt hier aber runter, ne? Ja genau, nach rechts runter. Jetzt müsst ihr euch einigen. Ich kann gerne abbremsen. Fahr vor. Fahr vor. Fahr vor. Und dann, und dann kommt... Der ein. Der ein. Ganz rein. Ganz rein. Ganz rein. Ganz rein. Aufwischen bitte. Wenn da mal keine Hand vor der Nase war, du... Aufwischen bitte. Dann müssen wir in deinem Monitor reinlegen, ne? Das wäre dann nicht so gut. Immer das Rumgerotze hier. Also Brüssel fahren wir nachher. Dann bin ich in die Werkstatt, ich glaube. Ich bin kaputt. Deutsche Admini Zone. Der zweite. Ach, lass. Roll weg. Guck, da bist du mir auch wieder zu. Jawohl. Da ist der Dante. Da kommt... Mach dich schnell weg. Ich hab keinen Dank mehr. Ich hab keinen Dank mehr. Wir werden beobachtet. Wo hast du den denn gelassen? Nagel, was machst du da? Lalalala. Ich schaff's noch. Los, Brady, rollen. Rollen. Ich roll den Rückweg. Okay, damit er auf die Geschwindigkeit herrsinnig ist. Thomas, du musst ihm gleich Platz lassen. Wer ist ein Truck lieb? Der muss in der Tanke stehen bleiben. Im Feld. Ja. Man muss abgreifen und hat kein Gas mehr. Geschafft. Wollt ihr schneller warten? Was hast du jetzt noch einen Rest? Ja, ich weiß nicht. Theodisch könntest du ja schon mal weiterfahren nach Brüssel rein. Dann darf er mal auf der Autobahn stehen. Schön. Dann dauert's nicht so lange. Aber gut. So lange hier auf dem Seitenstreifen steht, ist alles gut. Ich fahr schon mal vor. Ich muss doch eher in die Werkstatt, oder? Okay. Ja, eben. Du musst doch... Achso, nee. Wie hatte ich das gesagt? Mit Vorfahren? Ich gucke weiterfahren. Können wir weiterfahren? Du könntest doch theoretisch auch schon weiterfahren. Kannst du gleich schon mal abgeben? Also jetzt nach Brüssel rein ist ja nicht mehr schwer. Findet? Ja, jetzt fahrt alle an mir vorbei. Ich bin dann von sonst hier weg. Selber schuld. Findet ihr denn Brüssel so? Was? Ob ihr Brüssel findet? Ja. Gut. Und wo treten wir uns da? Ja, das war halt ein Werkstattwetter, oder? Gehen bei der Nase. Fahr mal ganz rüber. Danke ich gleichzeitig. Aber warte mal einen Moment. Ich hab hier zwei Möglichkeiten in Brüssel. Aber ist egal. Hauptsache Brüssel ist Brüssel, ne? Gibt nur einen Brüssel, oder? Also ich kenn kein anderes. Ja, fahr einfach hier. Ja, weil du kannst gerade ausfahren nach Brüssel? Ich glaube es gibt sogar nur eine Abfahrt. Ne, ne. Es gibt zwei. Ja, du feierst schon. Warte halt. Alles klar. Ja. Geil. Das klappt eigentlich, dass man dann... Ach, jetzt fällt der Nächste da rein. Ihr müsst die Nächste runter. Ja. Boah, 1,50 der Lieder. Müssen wir die Nächste runter? Jetzt nach der Tankstelle, oder was? Nein. Nein. Ja, also ich bin da runter gefahren, ja. Danach die Nächste. Nach der nächsten Nächsten, oder was? Ja. Geilige führen auch nach Brüssel so, oder? Also nicht die nach der Tankstelle. Die Nächste. Ich bin nach der Tankstelle abgefahren. Ich Idiot. Und das falsch. Ne, das geht nicht. Du musst einfach dann die Nächste rechts, und dann kommst du direkt in Brüssel rein. Bei mir regnet's. Ähm, nur ich hab gerade... ich bin hier hinten voll rein. Scheiße. Scheiße. Was machen die hinter mir? Scheiße. Dann fahr ich nicht die Nächste raus. Marcel, du hast nichts gesehen. Bisschen fällig, hätt ich fast gesagt. Scheiße. Acht! Hey! Dene, du Pisser! Was? Natürlich! Nein, das kann doch nicht sein. Doch, genau in dem Moment. Firma dankt. Nach Brüssel rein. Roadrunner dankt. Nur dran vorbei. Rein! Oh Mann, die Police ist ja eine eigene Firma. Ey, du kannst ja hier... Wo treffen wir uns denn? An der Werkstatt, oder was wir? Jo. Gibt's Sinn. Seid froh, dass ich schnell gespeichert hab. Gibt's Sinn, genau. Wir müssen ja einige sowieso wieder reparieren, ne? Schau bei dir die Kosten, ähm, mir auf und ich geb dir die zurück dann irgendwann. Wenn es der Wunsch der Anbieter ist. Renni, ich führ eh noch kein Buch. Ich bin dafür noch zuvor. Ich hab überhaupt keine Zeit für sowas. Renni, ja? Nur mal als Gründer sag ich mal auch. Du bezahlst jetzt auch mal meine Kosten. Biss echt der Wahnsinn, ey. Die scheiß Werkstatt hier nachher. Genau in dem Moment muss er spawnen, ey. Hä, 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 hä,key gerne. Ach, hier ist er schon aber Brandy. Ja, grüezi miteinander. Ich hab grünen. Ja, damals bin ich schon wieder letzter. Hätte Topdodge-Bai-Eh, Doch, Top-Doge? Oder wie der heißt. Auch bei uns mit. Man weiß es nicht. Weißt es. Ja, wir haben es wo. Er hat uns wo. Also hört er uns wahrscheinlich Wer hupt hinter mir? Es hat steppert, dass es an einer roten Ampel gewesen ist. Bleibt an einer grünen Ampel stehen. Wer? Ich? Weiß ich nicht. Die war rot. Rot ist doch egal, rot oder grün. Das ist grün gewesen. Also, eben. Alles was gleiche. Nein! Nein! Da schläft einer an, wenn er rausfährt. Ist ja nicht normal. Ja, holen ist egal. Nein! Sollts mal vielleicht in die Werkstatt nennen, denn dein Getriebe hört sich nicht so gut an. Nein, 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 nein! Ja, ja, ich weiß, wir haben auch Fehlfunktionen. Der Motor ist eben rausgegangen. Wie hat der Fahrt? Ich bin teuer. Aber ich hab's ja. Oh, komm jetzt doch mal grün. Das dachte ich mir auch gerade, ey. Die Ampel, die brauchen wieder. Hartnäckige Ampeln, ey. Das versteh ich nicht, warum man das gemacht hat. Dass man die Ampelzeit so umgestellt hat. Also, die ist so länger. Du schaffst, du schaffst es sonst nicht. Manchmal. Guck mal, werd doch mal grün. Dankeschön. Der wird, die erste, stehen zwei Ampeln hintereinander. Der wird die erste grün. Der ist so rüber. Und dann wird die andere... Oh, ich hab, ich hab Leck. Die Ampel wird grün. Und was passiert? Zack. Standbell. Ja. Nagel, fahr. 22.571. Ich überhole dann, Mann. Oh. Wurde ausgemacht. Hä? Scheiße, ich bin falsch gefahren. Jetzt bin ich bei Transenet. Du wolltest gar nicht hin. Wo willst du denn ganz hin? So, wo ist denn die nächste Station? Ah, Nagel. Da bist du ja wieder jetzt. Jetzt bist du ja doch wieder von mir. So, ich werd dann Lea hinterher ziehen. Weil, hab ich nix. Keine Auftrag darüber mehr. Nagel, was machst du denn da? In der roten Ampel stehen. Mein Gott, ey. Wär ich nicht falsch gefahren, dann hätt ich die vielleicht nur gekriegt. Ne, die war auch gut. Ja, ich stehe jetzt hier halb auf der Straße von meinem Anhänger. Alter! Ich kann auch nicht hier rüberfahren. Das ist sowieso kein... Jaja, immer ruhig. Am Hotel liegt irgend so ein Trailer auf der Seite rum. Und da ist gar kein Chuck dazu verfügbar. Auch irgendwie lustig. Was könnte da noch sein? Was macht Marcel da eigentlich? Da war noch Collision. Auch wenn es sitzt. Oh, da quält einer sein Driving Force GT! Na ahah. Hört man das so? Nöh. Das ist neu! Bisschen Kacke, aber. Hattest du vorher so'n trustmaster sowieso? Weißt du, wie das gegen... Weißt du was das für ne Gegenfeder war? ¡Der Expander Gummi! Ich hab das mal aufgeschraubt gehabt, ich seh nicht richtig. Was? Gummi? Gummi, ne Expandler, ne Stück vom Expandler Gummi. Um die Lenkung umgewickelt über Rollen. Da hast du ein Vor-Sleep weg. Ja, das war für mich aber Standard, ich hab das jetzt erst ne Woche hier das Lenk. Ja. Das ist natürlich ein ganz anderer Standard, ne? Das ist schon was anderes. Jo, Brady, grüß dich. Was ist das Trustmaster? 25 Euro? Ne, ne, es war 50 Euro sogar. Boah. Wie ist das, äh, wie ist das? Ferrari GT Experience. Kann ich, glaub ich, weil wenn ich seh, weiß ich auf jeden Fall welches. Ich hab's aufgeschraubt, weil, äh, die Lenkachse selber, der Lenker selber, der war, hat sich gelöst langsam, der wurde immer lockerer. Und dann dachte ich, guck's da mal rein, weil Garantie ist eh scheiße. Ja, und dann hab ich das gesehen, da war schon ein Expandler. Oh ne, ne, Brady ist noch Platz, perfekt. Ah, dann müssen wir kurz... Also, ich muss aber... Ich, äh, durch euch durch, hier. Master? Ja? Hast du im Chat gesehen? Ich hab reingeschrieben, dass Isle of Wodka mich mal weggerannt hat. Willst du jetzt ein bisschen Mitleid haben? Ne. Ich krieg's doch nicht. Solang du die nicht weggerannt hast. Ja, aber wenn man, wenn man beim Admin ankommt, äh, entweder Panda oder kippt er dich. Ja, ich mein, ich mein, da kannst du auch nichts machen, ne. Stell dir mal vor, du bist nicht schuld, oder du bist im Anfang nur aus Versehen reingefahren, weil du dich gesehen hast. Man sieht die ja so recht. Ja, dann bist du weg vom Fenster. Seh aber, in Warschau war ich so, und auf einmal zieht er vor mir rüber, er sieht wie ich wegfliege, und er schreibt einfach nur, oh. Oh, guck auf. Heieieie. So. Aber passiert, manche Dinge passiert. Heidei. Master? Ja? Wie viele Admins gibt's eigentlich? 100. Zu viele. Ach. Ne, zu wenig. Weißt du nicht genau? Ja, zu wenig. Oh, mein ETS 2 MP hat immer wieder gekleidet sein. Wart mal ja lang nicht mehr. 30 vielleicht? Ähm. So um die 30, aber ja. Ja, ja. Eigentlich denkst du auch. Den genauen Stand kenn ich mittlerweile nicht mehr. Ah ja, es ist gut angelaufen. Magel Bardo nicht, diesen Admin. Wer vergibt denn die Admin-Rechte? Wer macht das überhaupt? Ähm. Das hat nicht das englische Forum. Hahaha. Einer aus dem Grund. Kann das jeder? Kannst du das auch? Oder ne? Ne. Das macht das Forum selber. Das macht die Administration halt eben. Ja. Und das besteht nun mal aus Rootkiller im WL. Ähm. Genau, das sind die beiden eigentlich. Die können auch hier die Rechte entziehen. Ja klar, logisch. Ja. Was macht er denn da jetzt? Wer denn? Was weiß ich hier. Guck mal, da springt ein Auflieger. Wo? Ah, der Marcel, der fährt sich auch irgendwie komisch. Oh, kuck, schön. Oh, was macht der denn da? Der macht mal wieder so ein bisschen, äh. Wir springen durch die Gegend. Lowrider. Genau. Oh. Bin wieder da. Geht's weiter oder was? Nächstes Jahr wollte ich einen Auftrag annehmen. Da fährt der Trailer in der Luft. Thomas, warum stellst du dich eigentlich vor mich? Hast du den Arsch offen? Ja, kackst du durch die Rippen oder was? Was hat der denn da jetzt? Ich wollte einen Auftrag annehmen, ne? Da fährt der Trailer in der Luft. So, wo ist der nächste Halt jetzt hier? Wo müsst ihr hin? Na eben. Wenn wir schon mal hatten, ob wir mal als nächstes hin müssten. Wer hätte was denn sehr nah? Mit sehr wenig Kilometer. Ich fahre nah. Hat einer Frankreich? Macht ihr mal. Entscheide durch. Ich fahre leer. London oder so, ne? Ich fahre auch leer. Thomas, weg von mir. Ansonsten würde nur noch Lil, Kandé, Dover fahren. Nein, lass mich als letzten fahren. Er wäre immer da gar nicht mehr. Marcel, wir sind Marcel. Sind wir nicht am Tippspick? Ja, ich muss doch noch nach Birmingham, ne? Ja, Birmingham ist ja danach. Also, wir hatten Donner und Gerbke gerade. Birmingham habe ich auch. Ja, ich weiß. Hupe geht. Versuch's mit Licht, ey. Ja, fahr doch mal weg. Wer ist denn da mit? Ne, du kannst schön hinter mir herziehen. Hm? Ich glaube, das wollen wir mal sehen. Fre, hinter wem er zieht. Aha, das kannst du dann sehen. Ich bin leer jetzt. So, und? Hä? Jetzt komm, das ist normal voran. So, also, ich muss jetzt wissen, wohin wir fahren jetzt. Wer hat denn, ja, wer ist denn der Auftrag überhaupt? Ich hab keinen Auftrag. Ich hab keinen Auftrag. Ich fahre vor mit. Lille. Solaris. Ich dachte nach England, oder? Ja? Ja, da sind wir auf welchen. Dover? Hat jemand Dover? Nee, ich muss nach Sheffield. London? Ja, Sheffield? Ja, dann Birmingham, oder? Ja, Birmingham. Sagen wir mal, was du hat. Jemand was südlich? Den, äh, Gruftanzo nicht. Jaja, warte mal. Hat jemand was südlich von Birmingham irgendwie? Äh, ich muss mal nach Paris, ne? Übrigens. Du musst nach Paris. Ja, ha, 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 ha. Ja, okay, nimmt aber keiner Rücksicht. Ha, 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 ha. Heotheiso ist vermutlich ein했어요. Ja, gut. Okay, dann halt, äh, Birmingham, oder? Tögt euch! Wer ist denn...? Wer ist denn? Wer fährt denn als erster? Ich kann fahren. Was heißt creaminghängen, oder? Ja, ich kann fahren, ich fahr. Ich hänge mit meiner Posi-Lampe am Laternrate. Ja, aber, ey, einiget euch. Wer fährt denn als erster? Am besten alle gleichzeitig rausfahren, Jan. Da. Genau, so, ich steh schon, ich lass mir Zeit. So, ich lass mir Horst halt, also schiebt ab. Und Brady failed erstmal, sehr gut. Und Tom müsste da irgendwie mal weg, weil der steht ganz, ganz gefährlich. Thomas, du bist doch auch wieder unverschämt, Leute. Thomas, kannst du bitte wegfahren, dann wieder rausfahren, danke. Unverschämt, Thomas. Echt so, Alter. Dann fahr ich einfach mal unverschämt hinterher. Mach dich alle gleichzeitig. Na, dann fährst du vor, oder was? Ich wollte eigentlich ja jetzt, aber jetzt stehen alle davor. Ich denke, Grupp kommt doch davor, ich fahr ja nach Paris. Ja, genau, Tom muss halt irgendwie schauen, dass er... Ja, ich lass jetzt gleich irgendeinen vorbei hier. Wenn ich jetzt durchfahre... Dann springt man auch wieder hoch. Boah. Ich gucke mir das jetzt von oben an. Wer rupt denn da? Einer fängt an, alle hupen hinterher. Ich fahr dann, äh... Ich fahr dann mit dem Zug, ne, wenn das okay ist. Ja, ja, Zug, genau. In Kalidora halt, ne? Das ist perfekt, weil da ist nicht so viel los. Was macht denn der... Ey, ist ja der... Der hat doch hier über die Drohungen genommen, ey. Was wär... Ihr müsst nur Geduld haben. Overtaking Reckless. Jan? Der steht hier noch, Master. Master. Er ist gleich weg. So, ich fahr jetzt hier ran. Wer muss denn jetzt hier vorbei? Äh, ich. Grupp schon so. Dem Renault. Der ist direkt hinter mir. Richtig. Dann zieh. Lässt mich da einer raus jetzt, oder was? Nö. Passier mal vor. Nö. Glaube nicht, Thomas. Wir fahren in einer roten Ampel. Hä? Warum fährst du jetzt links? Ja, wir müssen nach, äh, Dover. Ja, super, ey. Ja, bei mir wird hier links über die, äh... Ja, immer dem Vordermann hinterher. Ja, Brady ist woanders lang gefahren. Ja, ja. Ihr seht doch gleich wieder aufeinander. Ist doch alles gut. Entspannt euch mal. Ja, ich bin erstmal stark abgebogen. So, jetzt muss ich auch, äh, erstmal den Hadi hinterher fahren. Brady, du musst einfach an der nächsten Abfahrt dann rechts runter und dann kräft ihr euch an der Kreuzung wieder. Oh, Thomas, ich glaub, ich hab da noch was offen bei dir. Du, Hadi. Hadi. Soll ich dich anschieben, oder was? Willst du bitte die Schnauze halten? Guck mal, wer jetzt über die Brücke rüberfährt. Unten ist gerade hier Dingswumpf. Ready? Oh, Brady. Huuu. So, wollen wir da eben noch eben auf die anderen warten? Sinnlos ist das denn, wenn man jetzt das kleine Stück Autobahn fährt. Ich glaub, ich bin Schlusslicht, außer jemand ist noch hinter mir. Wer willst du denn? Der René. Nee? Der Shape, der Shape vom AR-Transporter. Da bin ich wahrscheinlich ganz falsch, ey. Ich hab noch die Spedition hinter mir, der Topf, äh, Mike Gaines letzter. Ja. Genau. So wollte ich das auch. Ich bin immer letzter. Ich bin noch wahrscheinlich der älteste, oder? Echt? Das wage ich ganz stark zur Bezweiflung. Ja, wie alt bist du denn? Thomas ist so ein Alter Sack, das kann ich dir sagen. Wie alt bist du? Wie alt Zweifer? 100 mindestens. Ja, alt genug. Oh Gott. Er steht und blinkt da. Cool. Dann Alter, also ich bin zu 40. Sagen wir mal, wie du es bist. Ja, dann bist du doch öde. Ja, hahaha. Sag ich doch. Aber hört von dir nicht an. Ich weiß. Nee, wollte ich gerade sagen. Hätte ich es überhaupt nicht gedacht. Hier, Bredi, fahr vor, oder? Ja, fahr du vor. Ich mach das. Ich wollte letzter sein eigentlich. Okay. Hey, ich hab dich gar nicht gesehen, Mike. Ja. Grofthansa, wie schnell fährst du? Ja, 80. Keine hat einen Abgang gemacht in die Wiese. Das wollte ich nur wissen. Geil. Erstmal ein bisschen gaffeln. Hahaha. Das ist aber wirklich so, echt. Ja, manchmal lustig auskommen. Was spricht eigentlich gegen, äh, äh, outside der Map fahren? Warum ist das eigentlich verboten? Ähm, genau, outside ich mal fragen, genau. Oh, ist der Map fahren? Erinnerst du dich noch an diese Speed Limiter-Abfrage? Damals? Äh, diese Umfrage, die es da gab, ne? Oh, das war was. Ich fand die Diskussion im Forum göttlich. Ja, das... Ja, das war ein sehr... Ich glaub, eins der umstrittensten Themen. Und, ähm, man hat sich jetzt geeinigt, ähm, dass die Kollisions-Server auch sich auf, ähm, Rollenspiel festlegen. Das heißt, du sollst auch wirklich realitätsgetreu fahren. Dass es natürlich nicht immer geht, ist klar. Aber Out-of-Map rumfahren ist sowas von unrealistisch. Ja. Du fährst ja auch nicht. Oder du machst auch keine Jumps mit deinem LKW und so weiter. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, das kann ich sehen, wie ich es habe. Ich kann mich natürlich mit dem LKW nicht auf dem Hotel darstellen, das ist klar. Aber ich kann in die Werkstatt reinfahren, zum Beispiel. Ja, aber nur einmal. Aber ich find's doof, dass Leute dafür gekickt und gebannt werden. Ja, eben, genau. Lass das mal nicht... Ja, gebannt weiß ich nicht, gekickt auf jeden Fall. Also ich hab bisher nur gekickt. Nee, aber... Warte ganz kurz. Außerdem bitte. Aber... CatPW stand mal so mitten in der Wiese und so überall. Hab ich auch schon mal gemacht. Bei CatPW ist es aber auch was anderes, weil er auch diese, äh, Traffic Camps von ETS-2MP ja bei immer diese Sonderrichte. Ja, find ich aber okay, bei ihm find ich das aber okay, doch, doch. Und er hat versucht, eine Distanz zum Europort zu schaffen, dass er da nicht so... Ja. Erstens im Wege steht, und die anderen auch nicht so hart zum Längen bringt dann, ne? Da ist da aber eine Range drin, oder nicht? Ja, aber mittlerweile ist es ja durch die Streaming-Einstellung so, dass du es auch unterstellen kannst. Ja. Ne? Das ist sehr schön. Aber, was da die Frage von mir ist dann bei Cat, äh, wie er das macht? Weil er hat ja drei Akons oder so, mit denen er das macht. Mhm. Hat er da drei... Was? Also, die genaue, genauen Umstände sind unbekannt. Soweit ich das weiß, hat er, ähm, zuhause einen oder mehrere Recken... Oh, der ist umgekippt. Stopp, stopp. Konvoi, stopp, halt. Stopp. Vollbremsung. Halt, stopp. Warte, ich rede die Kurve mal Vollgas. Ich muss erst mal aufschießen, dann kann ich auch... Direkt in der Kurve. Äh, Master, du hast jetzt nichts gesehen, okay? Der ist leicht umgekippt. Also, ich glaube, Cat hat, äh, das auch auf dem Server laufen. Die genauen Umstände sind mir jetzt unbekannt. Ja, fahr mir rein! Schnauze, Thomas, bin ich reingefahren. Alter, wie hat der das gemacht? Wer ist das? Wer ist denn da umgekippt? Zu seiner von uns? Nee, der ist einfach leider in dem Moment gekommen, wo er um die Ecke wollte. Master, hast du gesehen, wie ich grad so einen schönen Trifft hinlegen wollte, aber... Nein. Äh, Gott sei Dank. Warum halten wir uns jetzt eigentlich hier auf? Wir können dann vorbeifahren. Nee, der lag klar. So, weiter geht's. Halt, fahr mal rechts, das ist der Typ von hinten, der da ist, überholen kann erstmal. Boah, dieser Martin bleibt stehen da auf einmal. Du sollst nur auf der rechten Spur fahren, die oben standstrahlen. Er muss erstmal glotzen. Ha, 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 ha. Oh, der macht nur die hier. Der macht aber auch ganz gefährliche Sachen. Einfach mal schön den Boss nehmen da in die Seite rein. Wie schnell fahrst du, Hardy? Weiß nicht, wir sind hier gerade mehr oder weniger am Beschleunigen und Abbremsen, ehrlich, zumindest. Muss Grufthansa fragen, wie schnell der fährt. Also hier ist Staub. Äh, ich wollte eigentlich 80 fahren, ich wollte erstmal den Typen da vorbeilassen. Okay. Mein Gott, der Typ soll den nicht aufregen. Ich höre nur noch meinen Turbo-Pfeifen. Mehr nicht. Der Motor hat schon verloren, der Turbo ist noch da, ne? Ich rieche den Bannhammer von Master. Von Master Master. Wir haben hier irgendwelche komischen Heinis jetzt in der... Wir färten von euch noch einen Benz. Wir färten von euch noch einen Benz. Jungs, wir färten mit euch noch einen Benz. Ich nicht. Ich oder was? Nee, weil wenn du mal auf 1500 gehst, dann raust du den Turbo, verdammt, ey. Ich würde ja so gerne in den MP4 fahren, aber... Dauert wohl noch. Darauf habe ich Angst, dass er da reinkommt. Angst? Dann höre ich mit dem MP... Dann habe ich mit dir das auch, wenn er reinkommt. Also ich finde die ja gar nicht so schlecht, ne? Ich finde die auch geschehen als Mercedes Feind schlechthin. Ich sag dir mal so, wir haben einen guten Kumpel, der ist ein Drifter, ne? Der arbeitet als LKW-Schlosser. Wir haben in der Firma MP3s und MP4s. Die MP3s kommen vielleicht alle 200.000er zu Bremsewechsel oder so. Die MP4s stehen jeden Tag bei denen... Das ist wohl wahr, ja. Es sind vielleicht die neuen, die noch Kinderkrankheiten haben, ne? Nein. Alle MP4s, die ich gekauft habe. Von Anfang an bis jetzt. Wieso? Ich will los, ja? Motorfestaktion! Weibahn! Ich dachte schon, du fährst gar nicht... Stopp! Ja, stopp! Ja, bitte! Du kommst gar nicht mehr. Das war mein Motor. Ich hab dich ja vermisst. Lieber zu spät als nie, ne? Ja. Allerdings. Wer ist hier denn jetzt? 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 Ich fahr' ein bisschen langsamer so jetzt. Ja, weiß, ich schaue halt in der Gruppe. Hier fährt jemand mit, muss ich da alleine fahren? Schaut's aus. Ganz reinziehen, Hadi. Nö, nö, nö. Keine Ahnung. Ganz reinziehen. Mein Handy liegt im Auto. Ja, ich hab dich nicht angeschrieben. In einer Gruppe halt. Ach so. Und... Ich hab auch gefunden. Und... Ich hab auch gefunden. Ich auch. Alice, der dance hier mitfährt, ist Hadi und Tom da. Ich hab halt 26%. Alter. Du irgendwie sowas. Ich hab 14. Ja. Boah. 12 an der Baustelle. Durch den einen Crash hier. Jetzt war ich auch halb auf der Leitklanke dahin. Ich brauch den Betonklotz hier, ne? Vielleicht, vielleicht sollte ich im Livestream drin schreiben, äh, demnächst, nächster planmäßiger halt. Äh. Ein Volvo aus der linken Spur und er kommt nicht vorbei. So oft wie wir da stehen bleiben müssen. Also ich... Ich muss ehrlich sagen, ich hab den Scania ausgewählt damals, äh, als ich das Profil gemacht hab, weil ich ihn am besten sehe. Was wolle ich? Stopp. Den besten finde ich die beste Sicht. Okay. Nach draußen. Oh, Leute. Was bremst der denn so massiv? Hinter... Hinter euch sind auch ein anderer Konvoi noch. Vielleicht wäre das mal ganz sinnvoll, dass ihr mal wartet und den anderen Konvoi vorbeiziehen lässt oder so. Wir warten. Wir warten hier kurz vor so einer Ausfahrt. Wo, wo, wo sind die denn? Hinter mir auch noch. Kommen da welche? Bei so einer Ausfahrt. Ja, bei so einer Ausfahrt. Also hier können... Kommt ein Konvoi gerade von Calais aus oder wie? Oh, was? Hätten wir einen Mega-Konvoi bilden können. Monster-Konvoi. Bestimmt voll die gute Idee. Super, Marcel. Das sieht ganz gut aus mittlerweile wieder. Wir müssen mal ein Stück vorfahren. Marcel hat verkackt. Okay. Kurz entschlossen, ne? Also ihr könnt langsam wieder anrollen. Das wird schon gut gehen. Okay. Ja, dann wieder raus. Okay. Jalla, jalla. Jalla, jalla. Äh. Scheiß Ping, ey. Gibt's ja überhaupt nicht. Alle schön rausziehen, dass keiner vorbeikommt. Das ist immer schön. Ja. Ja. Der kommt dann angeheizt. Von hinten, dann kommt weiter von hinten. Oh, guck, Hansa, du nix bei mir, ey. Der soll halt links fahren. Oh. Der hat's denn da verrissen eigentlich. Alter, der... Ich weiß nicht, was der Mario da macht. Der ist irgendwie dabei, aber auch irgendwie nett dabei. Ruf dir, Hansa? Ja? Bei der nächsten Tanker bitte raus. Okay. Auch geil. Ich geb ihm Blinklicht und dann fährt er woanders entgegen. Oh ja, gleich kommt er. Gleich kommt er... Äh... Bum. Neu. Neu. Das war meine Mama. Hast du grad meine Rücklichter kaputt gemacht? Ja. Warum machst du das? Ich wollte mal kuscheln.